Was passiert eigentlich, wenn der Strom weg bleibt? Und zwar nicht für wenige Sekunden oder Minuten, sondern über Stunden, vielleicht Tage. Vor rund einem Jahr im Winter 2023 habe ich das in meiner Heimatstadt Halberstadt erlebt. Wir wollten um 22 Uhr ins Bett gehen, als mit einmal der Strom ausfiel. Wir hatten seit einer Woche die Solaranlage auf dem Dach und ich dachte erst, oh Gott, nicht, dass da irgendwas vom Anschluss falsch lief und hoffentlich ist kein großer Schaden entstanden. Und dann guckte ich aus dem Fenster und sah kein Licht bei den Nachbarn, kein Licht auf der Straße. Es war unnatürlich dunkel. Wir schauten beide raus, meine Frau und ich, und dachten, naja, der Strom wird schon gleich wiederkommen. Aber er kam nicht. Nicht nach 10 Minuten, nicht nach einer Viertelstunde und nicht nach 20 Minuten. Und langsam machten sich Ängste bei uns breit. Ist das ein Angriff? Wurde ein Kraftwerk zerstört? Ein Terroranschlag? Wir hatten ja keine Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Ich muss zugeben, ich hatte kein batteriebetriebenes Radio dort und ich hatte auch nicht eine kleine Lampe zur Hand wie diese hier, um etwas Licht zu machen. All das hatten wir erst nicht, sondern wir liefen mit dem Handy rum und strahlten in der Gegend rum und sahen das auch bei unseren Nachbarn. Das war irgendwie gespenstlich, interessant, aber irgendwie beängstigend zugleich. Auch das Handynetz war weg. Keine Kommunikation. Keine Information über das Internet, was hier passiert sei oder was hier passiert. Nach rund einer Stunde hatten wir dann Glück, dass wir mit einem kleinen Balken bei Vodafone meinen Bruder in Hannover erreicht hatten. Dort war alles okay, also waren wir beruhigt, denn wir waren uns sicher, wenn der Krieg begonnen hätte, wenn es einen Terroranschlag gegeben hätte, dann wäre Halberstadt sicherlich nicht vor Hannover dran. Nach rund fünf Stunden war der Strom am Ende wieder da. Und trotzdem waren viele Gedanken dabei. Was passiert eigentlich mit der Tiefkühltruhe, mit den Sachen im Kühlschrank? Wie geht es allgemein weiter? Wie bekommen wir Informationen? Was passiert da draußen? Wir hörten nur Sirenen, die Polizei, Feuerwehr, Krankenwaren waren unterwegs. Ja, und in diesem Setting, dem Setting eines Blackouts, wie man es ja auf Englisch nennt, in diesem Setting spielt Neustart. Ein Brettspiel aus deutschen Landen, in dem es weniger um individuelle Schicksale geht, sondern darum, was passiert eigentlich, wenn der Strom weg ist. Nicht für einen Tag, nicht für ein paar Stunden, sondern mindestens für vier, fünf, im dümmsten Fall sogar sechs oder sieben Tage. Was passiert dann in so einer Stadt? Und was ist zu tun, als Stadtverwaltung, Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr oder sogar der Bauhof, um die Situation unter Kontrolle zu halten? Am Anfang sind noch alle recht kooperativ. Es ist was Spannendes, man ist irgendwie mit dabei. Es passieren wenige kleinere Dinge, Unfälle vielleicht aufgrund der mangelnden Beleuchtung oder weil die Ampel nicht funktioniert. Wir alle wissen, was passiert. Wenn die Ampel mal nicht funktioniert, Verkehrschaos. Und wir reden von einer kleinen Stadt zu einer kleinen Stadt wie Halberstadt mit vielleicht 40.000 Einwohnern, vielleicht sogar weniger, 30.000, 20.000. Nicht vorstellbar, was passiert, wenn der Strom für längere Zeit in der Großstadt weg bleibt. Die Bevölkerung will informiert werden. Wer kümmert sich darum? Wie kann die Bevölkerung informiert werden in dieser Zeit? Was passiert, wenn die Bevölkerung nicht informiert wird? Wenn der Strom nicht angeht nach ein, zwei Tagen, werden die Leute panisch? Werden sie plündern? In die Supermärkte gehen? Was passiert allgemein in den Supermärkten mit den ganzen Lebensmitteln? Wer garantiert, dass es im Krankenhaus weiterläuft? Wer kümmert sich um die Patienten? Kann weiter operiert werden? Was ist mit den Patienten, die mit dem Leben kämpfen? Es wird vielleicht zu Bränden kommen, zu Überfällen, zu Gewaltakten, aus Panik. Leute werden nicht mehr zur Arbeit erscheinen, weil sie sich erstmal um sich selbst kümmern wollen. Und das ist die Situation, wie man sie ein bisschen kennt aus Zombiefilmen, aus irgendwelchen apokalyptischen Filmen vom Ende der Welt, vom Ende der Zivilisation. So weit will Neustart als Brettspiel nicht gehen. Neustart versetzt euch in die Rolle der Verwaltung, der Feuerwehr, der Polizei und überlegt, was können wir machen, damit es nicht zur großen Panik kommt. Und darin will Neustart euch ein Licht sein, so wie diese Lampe. Und gleichzeitig aber auch ein Brettspiel sein, was der irgendwie unterhalten soll. Mit einem doch irgendwie recht ernsten Thema. In diesem Video hier werde ich euch die Regeln von Neustart zeigen. Ich werde euch zeigen, wie das Spiel funktioniert, wie die Regeln sind, ja, im Groben, um euch einen Einblick zu geben und eine Vorstellung davon, was dieses Spiel möchte und was es irgendwie auch kann. In einem anderen Video, und das dann auch mit mehr Licht natürlich, werde ich darauf eingehen, was sind die Stärken und Schwächen dieses Spiels, sodass ihr einschätzen könnt, ob das ein Spiel für euch ist. Und ja, keine Angst, die Regeln werden wir natürlich gut beleuchtet haben, so wie immer. Aber vielleicht denkt ihr, so wie ich jetzt, nach diesem Stromausfall vor einem Jahr, ab und zu mal darüber nach, wie selbstverständlich dieser ganze Strom, unsere ganze Kommunikation, unser ganzes Informieren ist und dass es eigentlich nicht selbstverständlich sein sollte, wie viel darauf beruht, dass es läuft, dass die Kraftwerke an sind, dass wir Strom haben. Und das ist etwas, was dieses Spiel vielleicht dann doch erreichen kann und vielleicht auch der ein oder anderen Verwaltungsperson Gedankeneinstöße geben kann über Dinge, die man vielleicht mal vorbereiten sollte für den Fall, dass der Strom mal länger weg bleibt. In dem Sinne machen wir dieses Licht aus und das große Licht an. Viel Spaß beim Video. So, da sind wir mit gutem Licht, wollen wir hier loslegen und ihr seht, das Ganze braucht schon einiges am Platz. Ich zeige es euch an hier mit Zollstock, also einen guten Meter solltet ihr in der Breite schon haben und hier ja 80 Zentimeter. Meter mal Meter, so ein Tisch kann euch sicherlich nicht schaden, also es nimmt einiges am Platz ein. Ihr seht auch schon, das Spielfeld ist modular. Dabei sind jetzt auch alle Orte oder Ortsteile, Stadtteile, wie man diese Hexfelder hier nennen kann, mit dem Spiel. Die sind auch nicht doppelseitig, sondern auf der Rückseite haben wir hier die englischen Namen. Ja, das ist an sich sonst gleich. Es gibt ein Grundszenario, mit dem ihr auch anfangt, was man hier beim Spielaufbau auch sieht. Es gibt dann hinten noch weitere Szenarien. Ja, da seht ihr dann hier, dass sich das alles ein bisschen schwieriger darstellt, weil die Ortsteile teilweise nicht so gut zu erreichen sind. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr wollt, frei mischen. Es gibt aber keine Kampagne und es gibt keinen größeren Leitfaden an Szenarien. Wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, gibt es auch eine Losspielanleitung, die ist so strukturiert, dass sie immer wieder korrespondiert zu den Grundregeln. Das heißt, einer von euch sollte sich die Grundregeln auf jeden Fall vorher angucken, damit ihr in das Spiel gut reinkommt. Und hier habt ihr sozusagen einen geskripteten ersten Tag, kann man sagen. Das ist der Sinn dieser Losspielanleitung. Ja, also sie ersetzt halt das Regelwerk nicht und will es auch nicht. Dann ist eine zweite Frage ganz wichtig für euch, nämlich, wie wollt ihr spielen? Wollt ihr das Spiel spielen, wie es grundsätzlich gedacht ist? Das heißt in Echtzeit und jede Tagphase bzw. Nachtphase dauert jeweils sieben Minuten oder, und das wird euch beim Tutorial empfohlen und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, mir macht das Spiel so auch deutlich mehr Spaß. Spielt ihr es einfach nicht in Echtzeit? Es ist trotzdem schwer genug, es zu schaffen. Diese Echtzeit soll natürlich so ein bisschen diesen zeitlichen Druck darstellen. Dann müsst ihr euch entscheiden, mit welchen Teams ihr spielt. Wir haben die Stadtverwaltung, wir haben den Bauhof, wir haben die Rettungssanitäter, die Polizei und die Feuerwehr. Das müsst ihr halt entscheiden vorab. Da gibt es bestimmte Empfehlungen im Spielaufbau, wenn ihr mit weniger Spielern spielt. Ich muss aber grundsätzlich sagen, jetzt in meiner Erfahrung mit den ganzen Partien, die wir gespielt haben, das Spiel lebt schon eigentlich davon, dass alle Fraktionen mit dabei sind, alle Teams, und man kann problemlos zwei Teams gleichzeitig spielen, aber auch gerade hier kommt diese Frage mit der Echtzeit dann gar nicht mehr auf, denn mehrere Fraktionen gleichzeitig spielen und Echtzeit ist eine Katastrophe, das wird nichts. Also ideal fünf Spieler oder sogar mehr, denn es gibt einiges zu beraten und dann kann man sicherlich auch ganz gut das Ding in Echtzeit spielen. Gut, dann guckt ihr halt, wie gesagt, in den Spielaufbau. Legt also den Plan aus, also die teilt, so wie sie angefordert sind, und jetzt machen wir mal ganz kurz den Spielaufbau. Wenn euch das nicht interessiert, dann skippt das, weil der ist schon recht fummelig und ich will euch hier so ein bisschen die Angst nehmen. Punkt an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, dieses Video ist ein Überblicksvideo zu den wichtigsten Regeln zum Ablauf, damit ihr einen Eindruck vom Spiel bekommt. Es ist kein Aspekt der Vollständigkeit, dass alle Regeln abgedeckt sind, aber wenn ihr das hier so seht, dann wisst ihr, wie das Spiel läuft und es wird euch sicherlich helfen, vor allem vielleicht ein paar Interpretationen gut mitzunehmen. Gut, gehen wir also in den Spielaufbau rein. Also als allererstes legen wir hier unsere Teils aus. Dann legen wir hier das Depot bereit. Wie gesagt, auch hier deutsche und englische Seite gibt es von unterschiedlichen Varianten. Dann müsst ihr die Orte vervollständigen und dafür braucht ihr sozusagen die Startressourcen und die stehen hier drüben drauf. Und dazu haben wir hier drüben diese Brote, die stehen für die Lebensmittel und wenn hier fünf steht, dann packt ihr hier halt fünf hin, ob übereinander oder wie auch immer. Ja, legt ihr die hier so mit drauf. Ja, also das ist wichtig für den Spielaufbau. Dann seht ihr hier sind solche Lupen. Dafür nehmt ihr diese Lupenmarker, die sind alle identisch, die müsst ihr also nicht mischen und legt sie auch auf diese Spots. Wichtig ist, in Graveneck gibt es auch ein Krankenhaus, welches Treibstoff benötigt und bereits zu Spielbeginn zweimal Treibstoff auch schon vor Ort hat. Also die legt ihr dort hin zusammen mit den fünfmal Brot. Ich mache das jetzt mal abseits der Kamera, dass ich jeden Ort so vorbereite von den Rohstoffen, wie er grundsätzlich erstmal sein soll. Gut, das habe ich jetzt überall gemacht und habe jetzt mal in der Hölle nochmal übrig gelassen, weil hier schauen wir uns nochmal an. Es gibt hier auch diese Benzinfässer und diese Grundversorgungssteine. Dort können wir dann später Versorgungsgüter noch holen. Die sind aber noch nicht geborgen worden. Das heißt, dort legt ihr halt auf diese Felder entweder die Benzinfässer oder halt diese Würfel, die halt auch im Braun sind, genauso wie die Versorgungsgüter, die wir halt schon haben. Dann haben wir ja das Rathausviertel und dort haben wir das V, ein bisschen unscheinbar. Und dort legt ihr ein Häuschen hin. Das ist nämlich das Zentrum eurer Versorgungszentren. Und später baut ihr ein Netzwerk auf, die alle dann mit dem Depot verbunden sind, die also von dort auf Versorgungsgüter, Treibstoff zugreifen können. Die ganzen Leutchen hier, es gibt Rote und Grüne. Grüne sind informierte Bürger, Rote sind uninformierte Bürger. Die lässt ihr in der Box bereit. Und die legen wir dann auch hier zurück in den Vorrat. Kommen wir also zu unseren Fraktionen, die wir hier unten haben. Und da müsst ihr am Anfang gleich würfeln. Wir haben im Spiel verschiedene Arten von Würfeln. Wir haben einen blauen Würfel, der nur von 4 bis 8 geht, wenn ich mich nicht täusche, genau. Und die anderen Würfel, ja, den weißen könnt ihr erstmal zur Seite legen, den werdet ihr dann nicht so häufig brauchen. Schwarz halt für Treibstoff und der braune halt für die Versorgungsgüter. Und jeder Spieler würfelt ihr zu Spielbeginn. Wir fangen jetzt an von links, also von lila rüber bis zur Feuerwehr. Und so weiter und so fort. Und so macht ihr das für alle Charaktere. Dann legt jeder Spieler seine farbige Scheibe auf die 12. Das sind nämlich unsere Aktionspunkte. Da starten wir zumindest mit der vollen Anzahl. Hier könntet ihr es euch aber auch vielleicht sogar schwieriger machen und das auch noch auswürfeln. Ihr würfelt nochmal mit beiden Würfeln. Braun und schwarz haben beides meine vier. Das sind unsere Startressourcen, die wir im Depot haben, auf die also alle auch zugreifen können. Und dann stellt ihr eure Fahrzeuge auf die Startposition. Das ist ein bisschen versteckt gemacht. Hier seht ihr die P oder F zum Beispiel. Da steht also für Polizei und Feuerwehr und stellt diese aufrecht, das ist wichtig, dort in diese Zonen rein. Dabei beachtet ihr bitte, ihr startet nur mit drei Fahrzeugen. Die vierten Fahrzeuge legt ihr dort drüben hin. Die könnt ihr euch vielleicht im Zuge des Spiels noch verdienen oder noch erhalten. Und das K steht auch für einen Rettungswagen. Also den stellt ihr dort mit hin. Die Stadtverwaltung startet komplett im Rathausviertel und der Bauhof dort oben im Auhof. Also dort stellt ihr dann alle direkt hin. Damit sind wir mit dem Teil fertig. Dann kommen wir kurz zu den Karten. Die Ziele und diese Interventionskarten, die könnt ihr erstmal in die Box packen. Die braucht ihr nur, wenn ihr dann mit einem Modul später mal spielen wollt. Und ihr braucht diese Karte ja von Montag bis Sonntag und nochmal die Ereigniskarten. Für jeden Tag gibt es mehrere Ereigniskarten, nämlich immer drei glaube ich. Ja genau, auch bei den anderen. Und ihr nehmt jetzt zufällig für jeden Tag halt eine dieser Karten. Könnt ihr euch hier in der Reihe kurz hinlegen. So, die restlichen Ereigniskarten könnt ihr wegpacken. Und dann habt ihr für die ganzen anderen Tage habt ihr Tageskarten, die halt hier mit der Sonne sind und deutlich dunkler halt die Nachtkarten. So, und wir brauchen jetzt für jeden Tag auch hier zufällig und da muss man auch sagen, die Montagskarten sind deutlich mehr, Dienstag auch als die anderen Karten. Also gerade am Anfang des Spiels habt ihr dadurch deutlich mehr Varianz. Ihr zieht also zufällig zwei dieser Karten, sowohl Tag als auch Nacht. Ja, könnt ihr natürlich noch alles gut durchmischen, etc. Wenn ihr das Tutorial spielt, da ist euch für Montag vorgegeben, mit welchen Karten ihr dort spielt, weil dort halt euch die Regeln ja gezeigt werden sollen, wie das Spiel läuft anhand eines ja mehr oder minder geskripteten Tages. So, das macht ihr halt mit jedem dieser Tage. Ich habe die halt für mich so sortiert, könnt ihr natürlich auch anders machen und das halt bis zum Sonntag. Dabei ist nicht mal gesagt, dass der ganze Stromausfall bis Sonntag bestehen bleibt, denn ab dem Freitag, habt ihr vielleicht die auf den Ereigniskarten gesehen, könnt ihr nämlich darum würfeln und ihr würfelt am Freitag mit 2 W6 und wenn ihr eine 11 oder 12 würfelt, dann kommt der Strom wieder und das wird immer Wahrscheinlichkeit und wenn ihr so viel Pech habt, dass ihr selbst am Sonntag, ich glaube, da muss man eine 6 würfeln mit beiden Würfeln, genau. Wenn ihr da zum Beispiel auch eine 5 gewürfelt habt oder niedriger, dann kommt der Strom am spätestens, nachdem ihr den Sonntag durchgespielt habt, wieder. So, und dann sortiert ihr die Karten so. Der Sonntag muss nach ganz unten. Als letztes die Nachtkarten, dann die Tagkarten und dann immer die Ereigniskarte, also umgekehrt, wie wir sie jetzt hier sozusagen ausgelegt haben. Immer die Nachtkarten als erstes, dann Tag. Und ihr macht das so, dass am Ende ganz oben der Montag liegt. Mit dem werden wir ja dann gleich anfangen und gucken, welche Ereignisse auf unsere Stadt am ersten Tag treffen wir. Also ihr seht, hier muss man doch ein bisschen was bei der Spielvorbereitung machen. Montag liegt jetzt also startbereit. Und das ist jetzt also unser Nachziehstapel für das Spiel. Ja, zu guter Letzt noch die Lupenmarker markiert. Habe ich vorhin nur gesagt, nicht gemacht. Dann die anderen Marker alle bereit. Diese hier, das sind die Einsatzmarker für die Polizei, für die Krankenwagen, für die Feuerwehr. Die mischt ihr gut durch, legt sie verdeckt so hin. Auf der Rückseite sind nämlich Zahlen. Die anderen Marker könnt ihr einfach so hinlegen, dass ihr sie bereit habt. Und dann seid ihr bereit, mit dem Spiel zu starten. Und jetzt gehen wir in den Schritt über, wo ich euch ganz kurz, so kurz wie Möglichkeit erkläre, wie der ganze Ablauf des Spiels ist. Am Anfang eines Tages müsst ihr erstmal entscheiden, ob eines eurer Teams oder mehrere eurer Teams eine Pause machen. Dabei ist wichtig, nur das ganze Team der Polizei, also alle Polizeivahrzeuge oder alle Feuerwehrfahrzeuge, können halt eine Pause machen. Und nicht, dass ich sage, eins der Polizeiautos fährt noch. Warum sollten wir eine Pause machen? Das bedeutet nämlich, dass ihr in der folgenden Tag- beziehungsweise Nachtphase keine Aktionen machen könnt. Ganz einfach, hier unten ist eure Aktionsleiste. Und alles kostet euch Aktionen. Da kommen wir gleich zu. Und irgendwann seid ihr einfach hier unten total erschöpft. Und um wieder Aktionen zu bekommen, müsst ihr dann halt mal eine Runde aussetzen. Und dann würfelt ihr mit dem blauen Würfel, der ja von 4 bis 8 geht. Und in dem Fall, wenn wir jetzt hier bei 0, bei der Polizei wären, würde unsere Kraft wieder auf 7 hochgehen. Irgendwann sind halt die Leute verschleißt, weil sie Tag und Nacht gearbeitet haben, um die Ordnung in der Stadt aufrecht zu halten. Das soll dadurch simuliert werden. Gut, also, das brauchen wir aber in der ersten Runde natürlich nicht. Später wird das relevant. Wenn ihr euch entscheidet, dass ein Team pausiert, dann, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Polizei nehmen, legt ihr alle Polizeifahrzeuge um. Das ist allgemein das Zeichen im Spiel, dass das jeweilige Fahrzeug seine Aktion durchgeführt hat. Hier, wie gesagt, müsst ihr, wenn ihr euch entscheidet, dass ein Team eine Pause macht, alle davon umdrehen. Ja, okay, das ist die allererste Entscheidung, die ihr machen müsst. Dann zieht ihr, wenn der Tag beginnt, die oberste Ereigniskarte, lest diese durch und führt unten das Ereignis durch. Aus beliebigen Vierteln werden insgesamt 8 Einheiten Versorgungsgüter entfernt. Das würde also in unserem Fall bedeuten, diese Broteinheiten hier müssten wir zu 8 Stück insgesamt, das ist schon ordentlich was, aus dem Spiel entfernen. Wie gesagt, immer oben drüber inkursiv steht der Text, aber wie gesagt, da möchte ich euch jetzt nicht spoilern, damit ihr diese Karten auch selber erleben könnt. So, dann zieht ihr die ersten Tageskarten, das sind Missionen. Hier können wir es auch mal nehmen. In einem Produktionsbetrieb im Industrieviertel in der Hölle kommt es durch den Ausfall einer Kühlanlage zu einem Brand. So, wo ist in der Hölle? Gucken wir ganz schnell. Haben wir hier unten. Hier kommt es zu einem Brand. Ihr zieht also einen Brandmarker, guckt den aber noch nicht an, sondern legt den jetzt hier oben auf diese Anzeige bei der Ortschaft. Eure Aufgabe ist, den zu löschen. Wird diese Aufgabe nicht erfüllt, passiert hier unten ein schlimmer Effekt. Legt ihr bereit. Könnte zum Beispiel auch der Feuerwehr geben, wobei wir gleich sehen werden, nicht nur die Feuerwehr kann sich darum kümmern. Dann, die zweite Karte ist, die Druckerhöhungsanlage in der Neustadt ist ausgefallen. 70 Parteien, oder 10, ich weiß gar nicht, sind ohne Wasser. Die Menschen können nicht mehr auf die Toilette gehen. Die Stimmung ist schon sehr aufgeheizt. Mobile Toiletten müssen aufgestellt werden. Also ihr legt einen Merkmarker, das sind diese hier oben. Diese legt ihr in die Neustadt, die ist hier drüben. Und da ist die Aufgabe bauen, also durch die Aktion bauen. Wenn wir das nicht erfüllen, dann werden wütende, rote Bürger platziert. Okay, also in diesem Stil kommen halt diese Ereigniskarten rein. Die Nachtkarten lasst ihr erstmal beiseite, denn wir sind jetzt erstmal in der Tagphase und die läuft jetzt an. Nachdem ihr also die Karten abgehandelt habt, euch klar ist, okay, welche Ereignisse treffen euch jetzt in dieser Tag- beziehungsweise Nachtphase an einem neuen Tag oder am nächsten Tag, dann könnt ihr loslegen und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Aktionen, die ihr machen könnt. Dabei ist etwas wichtig für den Ablauf. Egal ob Echtzeit oder Runde, ihr habt keine feste Spielereihenfolge. Ihr macht eure Aktionen mehr oder weniger gleichzeitig und Aktionen können einander bedingen, dass der eine zum Beispiel die Vorarbeit für den Nächsten macht und deshalb kann es halt wichtig sein oder ist es wichtig, euch abzusprechen. Das Spiel ist hochkommunikativ, ihr redet ganz viel miteinander, ihr müsst miteinander reden. Denn, da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, ihr wollt euch ja hier in der Stadt jetzt bewegen. Beispielsweise haben wir ja in der Hölle ein Feuer und um das wollen wir uns natürlich kümmern. Jetzt wäre es erstmal sinnvoll zu überlegen, wer fährt dort hin und dazu kann man hier auf unsere Tableaus gucken und dabei wäre es zum Beispiel naheliegend, dass wir sagen, ha ha, guck mal, hier ist ein Feuerwehrwagen nebenan, der hat nur ein Feldentfernung. Für jedes Feld, das eins eurer Teams fährt, gebt ihr einen Treibstoff aus. Also wenn wir jetzt sagen würden, die Feuerwehr fährt dort rüber, zack, gebt ihr einen Treibstoff aus. Bewegt sich die Feuerwehr zum Beispiel noch hier hin, gebt ihr einen weiteren Treibstoff aus. Alles klar? Also so könnt ihr euren Treibstoff ausgeben. Ihr habt das Depot, das sind die Ressourcen, auf die alle zugreifen können, die im Zuge halt auch hier des Netzwerkes sind, also mit diesen Versorgungshäusern ausgestattet sind. Die wollen wir in Zukunft auch bauen, damit das Netzwerk immer größer wird und wir dann von überall mehr oder minder auf die Ressourcen zugreifen können, denn am Ende des Tages ist es immer wichtig, die Bedarfsfelder, das sind diese Felder hier unten, von den Orten zu bekommen. In der Hölle ist recht günstig, die wollen nur ein Essen pro Runde haben. Gravenwerk hat die Besonderheit, die brauchen drei Essen und einen Treibstoff. Dann seht ihr hier ab und zu dieses Blitzsymbol, wie zum Beispiel im Rathausviertel. Da können wir einen Stromgenerator bauen, das kann vor allem der Bauhof sehr günstig machen. Dann baut ihr den dorthin und der gilt dann jede Runde als erfüllt. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr pro Runde vier Essen ausgeben, sondern nur noch drei. Das lohnt sich also gerade vor allem am Anfang des Spiels so eine Infrastruktur aufzubauen an Stromgeneratoren, aber halt auch nur dort, wo es angegeben ist. Manchmal gibt es auch Karten, die euch belohnen, mit Sachen, dass ihr zum Beispiel die Aufbereitungsanlage repariert habt, hätte auch sein können und ihr dann zusätzliche Güter dort bekommt oder sogar gratis noch einen Stromgenerator bauen könnt. Wenn ihr einen Stromgenerator baut, bevor ich es nachher vergesse, das ist eine der etwas fummeligeren Regeln, müsst ihr auch drei Treibstoff ausgeben, aber der ist dann für den Rest des Spiels auch vor Ort. So, jetzt ist also die Feuerwehr dort drüber gefahren. Also merkt euch, für das Fahren benötigt ihr Treibstoff. Nachvollziehbar. Dann könnt ihr eine Aktion machen und dazu zoomen wir jetzt mal ran. Ich mache mal hier kurz ein bisschen Platz in der Mitte, sodass wir hier vernünftig ranzoomen können. Ja, dann gucken wir uns mal das Tableau bei der Feuerwehr jetzt als Beispiel an. Unten habe ich schon gesagt, das sind eure Aktionsteine, hier oben ist der Treibstoff und hier stehen alle Aktionsmöglichkeiten, die ihr habt. Wir sind jetzt die Feuerwehr, dafür steht das F. Hier sind die anderen Teams, Polizei, Rettungswagen, Stadtverwaltung und der Bauhof. Wenn ihr dort einen Strich habt, dann bedeutet das, hier zum Beispiel im Falle von Retten, dass nur die Feuerwehr retten kann, die Polizei und der Rettungsdienst. Ihr aber nicht die Möglichkeit habt, wenn ihr die Stadtverwaltung oder den Bauhof spielt, die können nämlich nicht retten. Das können nur diese drei vorderen Dienste. Gut, jetzt wollen wir aber löschen und vielleicht, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen. Den seht ihr. Zum einen sind die nochmal eingekreist und um die Eins ist nochmal ein Kreis. Was sagt uns diese Eins? Die sagt euch, ihr seht ja, was die anderen Aktionen haben, aber nochmal sozusagen schneller in diesem Weg vor einem Echtzeitspiel wichtig. Und das ist logisch, die Feuerwehr ist am effektivsten beim Löschen. Das heißt, sie verbraucht nur einen Aktionspunkt dafür zu löschen. Wie läuft das Löschen jetzt ab? Das zeige ich euch gleich. Ich will euch nur ganz kurz zeigen. Also ihr guckt hier halt immer, ob ihr überhaupt die Aktion machen könnt und dann seht ihr die Kosten. Also die Polizei kann zum Beispiel Notstrom bauen. Also ein Notstromaggregat, wie ich euch eben gezeigt habe, kostet aber fünf. Der Bauhof hingegen baut das Ganze für zwei. Der Rettungsdienst oder die Stadtverwaltung kann es gar nicht machen. So, das sind sozusagen die ganzen Notfälle. Dann gibt es hier drüben noch die Möglichkeiten, dass wir Versorgungsbasis bauen können. Wir können die Bürger informieren, wir können Ressourcen sicherstellen oder wir können suchen. Das sind also die Aktionen, die ihr grundsätzlich habt. Manchmal gibt es noch Karten, die euch zusätzliche Aktionen geben. Das also zu den verschiedenen Aktionen. Behalten wir im Hinterkopf. Ich erkläre die euch jetzt alle kurz nach und nach. Gut, wir sind jetzt mit der Feuerwehr rübergefahren. Das hat uns keine Aktion gekostet. Wollen jetzt aber löschen, haben wir eben gesehen. Das kostet die Feuerwehr 1. Und jetzt dreht ihr den Feuermarker um und seht, das Feuer hat eine Stärke von 4. Das heißt, wir benötigen weitere vier Aktionspunkte und wir müssen die zur Verfügung haben. Haben wir die nicht zur Verfügung, können wir aber zum Beispiel die Polizei oder den Rettungsdienst noch mit ranrufen, dass hier zum Beispiel der Rettungsdienst mit einem Wagen noch rüberfährt. Wobei, Rettungsdienst ist ein schlechtes Beispiel. Der darf es ja gar nicht. Aber der Bauhof könnte vorbeikommen oder die Polizei könnte beim Löschen helfen. Die zahlen aber für die grundsätzliche Aktion noch mal ein bisschen mehr. Also das heißt, vier noch weiter. 1, 2, 3, 4. Da seht ihr, Feuer ist gelöscht. Marker kann dann raus. Könnt ihr hier auf die Karte legen, um anzuzeigen, dass ich es gemacht habe. Aber das hat uns jetzt schon einiges an Aktionen gekostet. Das Auto, mit dem ihr das gemacht habt, wird umgedreht. Denn pro Phase kann jeder Wagen nur eine Aktion ausführen. Das heißt, der könnt ihr jetzt nicht beispielsweise noch Ressourcen sicherstellen. Das heißt, wenn ihr rettet, dann nehmt ihr hier oben diese Marker. Wenn die dort ausliegen und dreht die um. Bei Polizeieinsätzen sind es die und bei Feuer halt die. Das erklärt schon mal die ersten drei Aktionsmöglichkeiten. Dann halt die Möglichkeit des Notstromaggregats. Da ist vor allem der Bauhof sehr gut drin. Und wir könnten jetzt einfach sagen, der Bauhof fährt ein Feld hier rüber. So, er hat dafür ein Treibstoff ausgegeben und würde jetzt das Notstromaggregat bauen wollen. Allerdings hat der Bauhof aktuell ein Problem, denn er hat nicht genug Treibstoff. Denn wie eben schon gesagt, auch wenn nicht hier so richtig dargestellt, ihr benötigt drei Treibstoffe in eurer Reserve, um dort ein Notstromaggregat bauen zu können. Das macht ihr einmalig. Dafür müsst ihr dann nicht pro Runde nochmal Treibstoff dorthin bringen. Ja, wie kommen wir denn jetzt an den Treibstoff? Entweder wir stehen hier im Zentraldepot der Stadtverwaltung, stehen wir aber nicht. Oder ein informierter Bürger bringt den Treibstoff zu uns. Und jetzt können wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Denn jetzt müssen wir ein bisschen zusammenarbeiten, denn so hat er halt seinen Treibstoff ausgegeben, aber kann hier noch nichts machen. Er muss halt an den Treibstoff vom Depot kommen. Erste Möglichkeit wäre, er könnte mit einem anderen Fahrzeug aber mit dem noch weiterfahren. Er hat ja nur noch einen Treibstoff. Und dann hier so viel auftanken, wie er möchte, das kostet auch keine Aktion. Wäre aber natürlich nicht so sonderlich effektiv. Also was wäre jetzt vielleicht ein schlauer Zug? Die Stadtverwaltung, die kann nämlich sehr gut informieren. Das ist ihre große Stärke. Wie funktioniert das? Wenn ihr in einem Versorgungszentrum informiert, kommt es direkt auf dieses grüne Feld, liegt ihr dort drüben hin, und ihr bekommt einen informierten Bürger. Das soll so ein bisschen darstellen, Bürger, die informiert sind, sind meist auch bereit, Hilfe zu leisten. Das heißt, diese könnten dann halt auch die Informationen nach außen weitertragen. Alle angrenzenden Felder erhalten dieses straffierte Informationssymbol. Das ist von daher auch gut, denn die Bürger sind dort auch informiert. Dort entsteht aber kein informierter Bürger. Und am Ende jeder Runde werden diese Plättchen umgedreht, und wenn sie straffiert sind, werden sie aus dem Spiel entfernt. Das heißt, hier haben wir für zwei Runden oder für zwei Tage informierte Bürger. Bei den anderen wird es später wieder abgeschwächt. So haben wir also die Bürger informiert. Jetzt wäre es natürlich auch sinnvoll, okay, wir könnten hier also auch noch ein Informationszentrum mit aufbauen. Das kann auch der Bauhof gut. Also würde der Bau vielleicht seinen zweiten Treibstoff ausgeben, noch rüberfahren, und kann schon umgekippt bleiben. Passt schon und er würde jetzt den Bauhof bauen, kostet ihn insgesamt zwei Aktionspunkte und dann legen wir dieses Ding hier in die Mitte mit rein. Wenn dieses Symbol jetzt hier ist, heißt das, das ganze Ding ist jetzt an das Depot angeschlossen, sodass der Bauhof auch sagen kann, okay Leute, ich nehme noch drei Treibstoff und damit macht der andere seine Aktion, nämlich er baut hier ein Notstromaggregat, das kostet noch mal zwei, legt er dann hier hin und die drei Treibstoff gehen wieder raus und den vierten hat er auch noch genommen, damit sein anderer Wagen noch fahren kann. Gut, also habt ihr gesehen, so kann man ein Notstromaggregat bauen, man kann die Bürger informieren, das kann uns auch helfen, da gibt es ein paar kleine Sonderfummelregeln, wenn ihr in einem Versorgungszentrum informiert, dann kommt halt immer auch gleich ein informierter Bürger. Die informierten Bürger sind positiv, weil sie euch halt helfen. Gehen wir also noch mal auf die Bürger ein. Was bringen uns diese grünen Bürger, diese informierten Bürger? Also sie breiten zum einen unser Netzwerk aus, was halt bedeuten würde, wenn wir zum Beispiel jetzt hier den noch liegen hätten. So, ein Vorteil wäre halt jetzt hier bei den grünen Männchen, dass die Feuerwehr hier rüberfahren könnte, Treibstoff würde das natürlich kosten, und dann auf das Depot zugreifen könnte. Also die gehören sozusagen zum Netzwerk, unabhängig davon, ob so eine Basis hier liegt oder halt nicht. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen, denn die bringen uns noch was. Es soll nämlich so ein bisschen darstellen, dass diese informierten Bürger halt bereit sind, auch Privattransporte zu übernehmen. Nehmen wir mal an, wir hätten dieses Netzwerk. Das heißt, die sind ja alle mit dem Versorgungszentrum direkt verbunden, weil mit Angrenzen. Was bedeutet das jetzt? Nehmen wir mal an, die Feuerwehr würde hier hochfahren, Treibstoff, und jetzt können wir halt Ressourcen sicherstellen. Wie macht ihr das? Ihr nehmt den jeweiligen Würfel, entweder ihr stellt Lebensmittel sicher oder halt Treibstoff mit dem Treibstoff fasst. Das Ding kommt aus dem Spiel und dann würfelt ihr. Zack, eine 5, sehr gut. Und egal ob Treibstoff oder Lebensmittel, beim Sicherstellen, das kostet übrigens ja noch einen Aktionspunkt, den hatte ich schon weggeschoben, dann erhaltet ihr 5 plus 4. Also 4 erhaltet ihr immer. Das heißt, in unserem Fall würden wir jetzt 9 Lebensmittel erhalten und hier in die Neustadt legen. Das ist natürlich sehr fummelig und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann doch wünsche, dass es mal so ein 5er Plättchen oder wenigstens ein 3er Plättchen gäbe. Aber ist halt so. Allerdings, wenn das Ganze an unser Depotnetzwerk angeschlossen ist, zum Rathausviertel, also hier eine Verbindung hergestellt wird, dann können wir diese Lebensmittel auch alle in das Rathausviertel direkt packen. Ja, also könnten jetzt hier 5, 8, 4 ordentlich Lebensmittel reinpacken. Das ist also sicherstellen. Kostet einen Aktionspunkt, warum auch immer, der Rettungsdienst kann nicht sicherstellen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit Suchen, das kostet bei allen Spielern 2. Das kann also auch die Stadtverwaltung machen, der müssten wir ja noch einen umlegen, weil er ja das Ding gebaut hat. Und sagen wir mal, die Stadtverwaltung sucht hier, ist durch meine Zoom-Aktion von alles weg, dann dreht ihr diesen Token um und habt jetzt hier dieses Minus 2. Dann nehmt ihr beide Würfel, also sowohl Treibstoff als auch den Lebensmittelwürfel und ich sehe gerade, beim Bauen hätten wir noch zwei Aktionspunkte abziehen müssen vorhin und suchen jetzt noch. Also nochmal zwei Aktionspunkte, würfelt mit beiden und das würde bedeuten, wir würden jetzt hier vor Ort einen Treibstoff finden und fünfmal essen. Also hier wird keine vier dazu addiert und die können wir auch direkt ins Depot halt legen, so wie eben gemacht, weil wir sind ja im Rathausviertel und das ist an das Depotnetzwerk angeschlossen. Legt ihr dann also dort rein. Die Minus 2 sagt einfach, wenn ihr beim nächsten Mal an diesem Ort sucht, würfelt ihr wieder ganz normal und würdet beides Minus 2 rechnen, was in unserem Fall sehr schlecht wäre, weil dann hätten wir nichts gefunden. Kann auch passieren. Und dann kommt der Token raus und dann könnt ihr dort nicht mehr suchen. Das heißt, ihr seht es schon, am Anfang des Spiels habt ihr recht, vier Ressourcen zur Verfügung und man sagt sich, Mensch, was soll denn eigentlich passieren? Ist doch alles ziemlich safe. Ja, ihr habt jetzt die Aktionen gesehen, die wir machen können und ihr seht aber auch, hier ist der Bedarf, den diese Felder halt am Ende einer kompletten Zyklusphase, also Tag und Nacht zusammen, verbrauchen. Und am Anfang ist das alles noch gut gegeben und am Anfang braucht ihr noch nicht groß das Netzwerk, später braucht ihr das Netzwerk, um halt direkt das daraus zu beziehen oder ihr müsst halt jedes Mal direkt hinfahren oder halt Bürger benutzen, wenn ihr dort informiert habt. Das ist also eure Entscheidung, wie ihr halt die Ressourcen dort hinbekommt. Wenn ihr das nicht macht, da kommen wir jetzt zu, denn wenn so eine Tag- und Nachtphase endet. Wenn die Tagphase durch ist, ihr werdet wahrscheinlich mehr gemacht haben, schiebt ihr erstmal alle Fahrzeuge, egal ob sie eine Pause gemacht haben oder nicht, hier der wäre auch gedreht gewesen, zack, dreht ihr also wieder auf ihre aktive Seite und der war ja eigentlich hier drüben, wie gesagt, ist auch egal, jetzt vom Spielaufbau her und dann geht ihr und schaut, gucken wir unsere Ereignismarker, haben wir uns darum gekümmert, hier drüben hätten wir uns nicht darum gekümmert, das heißt eine rote Figur würde platziert werden, liegt eine grüne Figur, dann wird es die grüne entfernt, ansonsten eine rote Figur und die haben hier drüben halt ihre Limits, bei 4 passiert dann etwas Schlimmes, das wird jetzt aber im Grunde genommen dann zu weit. Die Leute werden halt einfach wütend. Dann müsstet ihr wieder eine Vorentscheidung treffen, also würde einer eine Pause machen, bei der Feuerwehr könnte man in unserer Situation schon ganz gut überlegen, dann werden die beiden Nachtkarten abgehandelt, da haben wir ja dann immer auch nochmal 2 für die jeweiligen Zyklus, nenne ich es jetzt mal, oder Wochentag ist vielleicht das bessere Wort. Die Zeit wird gestartet, wenn ihr wieder auf Zeit spielt und dann macht ihr wieder eure Sachen und am Ende checkt ihr, ob die Ereignisse gepasst haben und dann ist das Ende. Ihr checkt, gibt es Aufstandsmarker, die kommen vor allem dann ins Spiel, wenn ihr halt hier 4 wütende Bürger haben solltet. Habt ihr davon 4 insgesamt, also 4 Viertel, in denen es Aufstände gibt, dann habt ihr das Spiel sofort verloren. Die Informationsmarker, die gestreift sind, würden entfernt werden, die so richtig schön grün sind, die würden umgedreht werden, wie gesagt, die habt ihr dann noch für den nächsten Tag. Und dann würdet ihr checken, ist der Bedarf hier gefüllt. Also man kann das dann auch hier immer alles schön hinlegen. Das werdet ihr während des Spiels auch machen, um so einen Überblick zu haben, okay, haben wir denn für das Wochentagsende unsere Bedingungen alle erfüllt. Wenn nicht, dann werden die Leute missmutig, dann kommen wütende Bürger, ihr guckt bei Krankheiten, die können liegen. Also da gibt es ganz viele Sachen, also epidemieartig kann es dort Probleme geben. Ja, ihr seid also immer interessiert, die Leute zu informieren und mit ihnen zu sprechen. Ab dem Freitag, wie gesagt, dann würde nämlich der nächste Tag beginnen, habt ihr hier diese Möglichkeit, steht dann hier auch nochmal drauf, zu würfeln und das Spiel dann hoffentlich rechtzeitig zu beenden. Das heißt, das Spiel hat nicht wie andere so eine festgegebene Rundenzahl, die ihr spielt und dann ist das Spiel vorbei, sondern es ist hier ein Glücks- und Zufallselement, wann halt der Strom wieder angeht. Das ist, sage ich jetzt mal thematisch, nicht in eurer Macht, sondern das wird von extern dort halt zugeschaltet und ihr wisst halt nicht, wann der Strom wieder zurückkommt. Gut, das waren jetzt die Grundregeln, die ihr benötigt, um das Spiel zu spielen, beziehungsweise wo ich dann denke, okay, jetzt könnt ihr das Spiel ein bisschen einschätzen. Ihr habt schon gesehen, man muss immer einige Sachen beachten. Ich hatte hier vergessen, den Token weiterzurücken, als ich das gebaut habe. Das heißt, solo würde ich es nicht spielen mit den fünf Fraktionen. Da wäre es dann wahrscheinlich doch sinnvoller, sich auf Fraktionen zu beschränken. Aber ich denke, das Spiel ist dafür konzipiert, dass eigentlich alle fünf Fraktionen dabei sind, denn jede Fraktion hat ja ihre eigenen Stärken. Die Individualität der Teams beschränkt sich aber tatsächlich auf diese Aktionsmöglichkeiten, die ihr im Grunde genommen habt. Also ihr habt keine Spezialfähigkeit oder so, sondern ihr seid einfach nur in Anführungszeichen günstiger oder besser gesagt effektiver, wenn ihr die Sachen ausführt. Aber es wird manchmal und gerade dann später, wenn der Treibstoff zu Neige geht, schon sinnvoll sein, sich abzusprechen und zu sagen, okay, kümmerst du dich darum, ich muss jetzt nicht durch den ganzen Ort fahren und so viel Treibstoff ausgeben, du bist näher dran. Also da werdet ihr euch ganz viel absprechen und das ist eines der Kernelemente. Gut, wenn ihr noch Fragen habt zu Neustart, dann haut es gerne unten rein in die Kommentare. Auch gerne, wenn ihr Erfahrungen selber mit dem Spiel hattet oder auch vielleicht schon mal Erfahrungen mit einem längeren Blackout. Ich fand das letztes Jahr tatsächlich sehr prägend. Und die Review wird noch kommen zu den Stärken und Schwächen. Wie gesagt, Fragen unten rein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.